Los, komm! Halt! Steht rein! Hinten! Ist du okay? Scheiße! Scheiße! Fickt euch! Oh, scheiß Dreck! Mein Name ist Christoph Leim und ich stecke in der Scheiße. Wir alle stecken in der Scheiße. Erinnert ihr euch an diese Vogelgrippe oder diese Mexiko-Scheiße? Wenn der Vogelgrippe war, war vielleicht was dran, aber es wurde alles verdammt gepusht. Verdammt gepusht! Scheiße! Wir haben uns Panik gemacht. Panik mit einer Grippe, die es nicht gab und nicht in dem Ausmaß. Die haben uns Chips implantiert. Hier rein, zur besseren Versorgung. Nichts der bessere Versorgung. Gekillt haben sie uns. Zuerst geordnet und dann gekillt. Die haben uns in Krankenkategorien eingeteilt. A, B und C. In jeder Ecke stand so ein Scheiß-Kontrolltor. Wenn du als Zehärter durch bist, bist du gleich hier. Wenn du auch immer an Kopfschmerzen gedacht hast, standen die vor deiner Tür. Aber nicht mit mir. Ich mach mir diesen Scheiß-Chip raus. Oh, jetztHola. Scheiße, 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 scheiße